auch was oder nicht er zeigt mir die Klinik im Jahr die zu 30 Meter es ist die Frage wie bin ich schneller rumfliegen oder einfach so rumflitzen dieser um die Zeit im Vorteil ich bin definitiv schneller weil ich nicht so darauf achten muss was geschieht was auch wieder so eine Sache warum sterbe ich da jetzt wenn ich jetzt mal hochfliege es leuchtet halt wirklich nur hier hinten hängen und das Problem ist bei sowas man sieht halt dann nicht alles weil die Sonne wirft einen Schatten es ist immer so an dunklen Stellen so wie hier hat meine dunkle Stellen und in dunklen Stellen sind Erze an die anderen Stellen nicht und das ist eigentlich am Land auch so und das ist die Frage wo sie dunklen wo nicht es ist echt die Frage hier ist ja nix auch Nein ich Idiot Leute meine Schönen Drill verdammte Kacke Entschuldigung muss das sein ja jetzt habe ich mir an der Tür und der Hochstoß oder was und müssen das das hohes Schuss Dampal oder was das Produktion einmal einmal das einmal das und aber das Blutzerdächt cool so demnächst gemacht wird runterwerfen in Bromannett und den anderen Westen immer auf die sind ganz und normale Produktion Produktion Silikon Kobalt okay 10 ne egal das hat jetzt auch alles ähm ja ich bin jetzt echt überlegen soll ich mit dem fliegen eigentlich spricht da nix dagegen so in grob und ganz mit den rumfliegen bisschen Erze suchen aber andererseits weiß ich auch nicht so recht ist mir ein bisschen zu schade mit denen irgendwo reingeklatschen ist was wo war das Silikon ich hab grad Silikon gelesen wir brauchen das Silikon oder komm zurück 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 stopp hier hier wo auch Silikon kein alt nach oben hey Leute habt ihr das gezählt wir brauchen kein Silikon scheiße was sie war verdammt genau und hier sind auch so dunkles sports wie man sieht und jetzt immer finden in der Dunkelheit hier das hat so eine Sache boah ja durch die Sonne über den hoch fliegst und dadurch die Sonne rund was ist das aber wir sollen er hat kommt das Bostmann nicht drei Jahre das ist das was sie gesagt haben dass dann Erze in Stein drin spawnen das sind so Steinklumpen und da spawnen dann Erze drin das ist genau das was sie gemeint haben stimmt naja cool ist das ja ne aber das hat er mir nicht angezeigt das war ein bisschen verwundert jetzt mal gucken uiuiui das könnte man ein bisschen hier meinen wenn wir hier einfach Unterkörner den neuen Reintun weil ähm Toggle on off so Nummer 2 so das ist ein wenn ich schon darum lebt wir können gleich mal gucken wer schief sich dazu das so ja das ist sie gefällt das Schiff so man es besser sie alle sagen sie kleiner und fluffiger vor allem auch ein bisschen Stütz auf der Seite um ja und ihr habt jetzt hier raus hier gesehen unsere Raffinerie hat das er hat eigentlich Ratzverzweck geputzt das sind diese erweiterten Raffinerien und so Saumort 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 6 2 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5 6 8 5 5 5 4 5 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 Riech hier ist das in die Richtung heißt ja das zeigt mir dann was weiß ich jetzt auch dann ist wieder so ein scheiß Ding und dort was für nicht zu nahe an Feinden kommen und nicht zu weit weg von unserer Station wird er zurück auf die Logischkeit und jetzt hier wieder Eisnern ist dann weil sie auch nicht nee Silva Silva Leute Silva die hier auch noch ein bisschen noch ein bisschen das Stein weg bei den Rest nehmen alles mit hier ist ein bisschen mehr Stein hier noch Stein hier oben noch ein Stück hinweg so kommt hier noch mal rein da den Rest nehmen wir mit jawoll wir haben Silber der Rest meinen wir einfach alles ab so auf die Nummer 2 das wird einfach alles ab gemeint und das brauchen wir nicht gewünscht mal Silber haben wir als gar nichts gefunden gehabt aber eigentlich Silber Gott, 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 das hat uns sehr gefehlt Gold hat uns das auch gefehlt das haben wir auch schon jetzt fehlt eigentlich nur noch genau Silber kann ich auch Silber wer jetzt wird es ja gar nicht mehr so viel oi 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 war das der Drill, ist der kaputt gegangen? go auch geht gut ich bin Saw.